Der Nullzeit mit der Artigstung, ein Sieg für die Situation erst aus den Schaffen. Anschluss ist um 18.30 Uhr, das war kleiner aus der Sportreaktion. In weiterer Musilabesiebte bei München ist Amt Köln mit 4 zu 1. In der zweiten Musilabertreiter-Bauschwein weiterer der ersten Sieg des Jahres. Die Braunschweiger verloren im Abend hier auswärtsspiel in der Armstadt mit 0 zu 1. Die Zeit, 12.12 Uhr, das war aktuell mit Virginio Palmas. Warum fährst du nicht auf dem Fahrrad nicht? Ich verstehe ich nicht.